Aber der hat noch ein wacke Passwort. Passwort ist sewig ist gelb, alles klar. Sewig ist gelb? Nein! Sewig ist gelb. Sewig ist gelb. Gelb! Warum wohl gelb? Asiaten. Bist du Asiaten? Ja, Christian! Das macht die Brille! Das macht die Brille, ja alles gut. Das ist echt hier, oder? Kann man die sich ausmachen? Ja, kann man auch nicht. Tun wir den anderen nicht rein. Weil Team-Balance aus ist. Weil Team-Balance aus ist. Du hast da jetzt die ganze Zeit gewartet, dass ich nicht bewege, oder? Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Der hat mich gerade geklittert. Erhältst du denn die, die so ein Teamknochen haben eliminiert hat? Ja. Du mit deiner blöden P19 wieder hier. Ja, das ist meine Lieblingswaffe in Battle 4 3 gewesen. Ja, das ist meine Lieblingswaffe in Battle 4 3 gewesen. Ja, das ist meine Lieblingswaffe in Battle 4 3 gewesen. Ja, das ist meine Lieblingswaffe. Ja, das ist meine Lieblingswaffe. Warum lebt das eigentlich so lange? Ja, das ist meine Lieblingswaffe. Ah, Johann ist auch noch bei uns. Ich glaub du kannst wechseln. 5 gegen 2. Also ich kann auch übergehen. So ist nicht. Ja, Johann, du musst das Team wechseln. Ich bin automatisch reingekommen. Ja, dann switche ich Martin. Ich kann das Team nicht wechseln, ich lebe. Claire is alive. Okay. Das geht nicht, Silvi. Das reicht nicht. Das funktioniert nicht. Achso, das war Absicht. Warte. Och, Jonas. Was, Jonas? Das war Johann. Nein, ich will mich wiederbeleben. Damit ich nicht Team wechseln kann. Habe ich mich exaktiert. Ja. Genug abgezogen. Ich hab dich, Jonas. Ach, jetzt ist er 3 gegen 4. Hä? Jetzt ist er 3 gegen 4. Also sprich, noch ist einer rüberge... Ne, genau. Ja. Ey, nicht die Leichen abcampen. Ja, 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 ja. Er hat aber zerleben gerade, ey. Ja, 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 ja. Hast du gewechselt, Momur? Und wer ist... Du-Comster. Hast du Du-Comster? Ja. 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 Wer hat denn da die Rakete geschossen? Fuck. Jetzt schneit was einer. Au. Hallo. Au. Oh. Oh, lolololo. Nee, nee, nee. Au. Oh, 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 oh. Hast du vorher mit der Snap auch nicht geschossen? Sebi, geradeaus hinter der... Ich hab dir die Drohne gepackt. Ja, warum? Nein. Oh, der ist schon tot. Du musst nicht verarschen. Zwischen den Containern? Zwischen den Containern! Was? seine ja auch 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 Au! Ich hab dich erwischt, vielleicht hab ich dich auf Schaden gemacht. Alter! Was ist das, wenn du holst und laufest du so präzise schießt? Boah, ist sehr gut. Unten direkt zwei Leute unterhalb des... Ich kann heute nicht reden. Ach, kein Aussatz zu nennen, wenn ich tot bin, ne? So, verliebt mich. Ja, 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 ja. Fuck! Pick dich! Wo kamst du her? Ich hab dich gehört und noch nicht gefunden. Ich bin vorhin hinter dir. Was? Da kannst du aber nichts mehr übergehört haben. Zwei Prozent. Zwei Prozent. Danke. Okay. Wo? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Mit Lachen, nimm mal rum. Wo sitzt der scheiß Schneider? Boah! Direkt neben dir. Was ist denn? Ich bin mit Führung der Führungspflicht. Yes! Hab dich, Yona! Boah, er schlägt mich an die Seine. Oh, danke. Oh, ja. Wie ist das denn? Oh, komm schon! Wie denn? Romo nutzt doch immer die Headglitches aus. Ja, Baumisch, ist klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ich hab die nach oben geschlägt! Ich hab einfach meine Waffe aus Versehen und gestellt! Ha! Sorry, Jordan! Nein, wenn ich mir das rot ist, obwohl ich so... Da kann ich mal was sagen. Räumt mir auf. Ah, Abbruch! Wie pechst das ab, wenn ich nicht mehr schießen will? Ah, eh. Ah! Passt! Was? Hä, ich hab noch Jonas gedrückt? Ja. Cool. Nee. Ah! Baumisch! Das gibt's ja nicht! Hey! Nur ich darf ein Maschinengewehr um nutzen! Was? Weil ich jetzt ein M27er, ja? Das ist ja nicht mal. Was denn der FC denn? Lass mich in Ruhe. Ah! 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 Ich seh dich nicht! Uiuiuiui! Wo ist er denn bei meiner Nase weggelaufen? Wohin? Warum ich brauch einen Medic? Ich nehm das alle den Scheiss an. Boah wie schlecht geschossen. Oh nein! Hey, wann hast du denn wieder geswitcht? Mumu hast du mich gemessert? Ne, ich hab gemessert. Warum? Moment mal ganz kurz. Danke. Da ist der Schütze! Nein, hör doch auf! Ich hab's nicht gewinnen! Uiuiui! Ich hab's aber von Dauerteier auf S. Ich glaub V. V. Wie lege ich mich hin? Y. Ach, halte 4. Was ist denn das für unendlich leben oder so? Was ist denn das für alles? Oh echt jetzt? Hast du grad auf mich geschossen? Wuh! Ja, hast mal Glück gehabt! Er hat mich geschossen! Boah, ist doch leider nicht mehr gereist, die jetzt fetzig! Hup! Ey! Das kann nie sein! Doch, ich wusste, dass du da bist! Alter, die jetzt sind... Nein! Das sind mega kurz! Das ist eigentlich so gut! Ich hab's nicht mehr gemacht! Blüten hier rufen! Fuck! Haha! Viele! Machen fertig! Toll! Oh Gott! Sorry! Sorry! Die laufen im Schuss! Ich glaub wir müssen jetzt weg. Au! Was? Wenn ich sterbe, bleiben meine... Ne. Egal. Knappes Rennen! Vielleicht haben meine Füße rausgeguckt! Ich weiß es nicht! Ich wollt grad sagen! Du musst dich irgendwie durch die Wand gehen! Lecker! Oh, zu viele! Ach scheiße! Da kannst du ja von vorne... Oh! Noch einer! Ach nee! Das bist du! Nee! Kannste nicht! Nee! Du musst immer hinter die Leute springen und dann messern! Wir machen dich! Ha 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 ha! Du bist das! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Jesus... Ohhhhhhhhhhh Ich habe gesehen, was du da hingelegt hast. Oder? Weißt du doch nicht? Tja Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Och komm schon! So viel Messern darf man auch nicht, Jonas! Doch! Nur Messern! Es gab mal irgendwann eine Zeit, da war das Messer meine beste Waffe in Battlefield 3. Das geht nicht! Warum geht das nicht? Was geht denn jetzt? Wo denn? Ach da! Was geht denn? Oh! Ist das zu mir Messer? Hier ist der 1st Gage. Ah, direkt hinter dir. Jonas, du hast einfach zu viele... ...heil Zeug nicht mal mit. Ne, nur eine Kiste. Alter, entgegen dich! Lass mich ihn auch messern, du... Lass sie aber nicht. Du hast mich so hart getippt, so oft getriegelt. Dafür will ich mich nicht wiederholen. Ne! Ne! Neeeeeeh Welche Idiot hat mich schon wiederbelebt Ach warum wieder verliert? Es ist nicht gut hier ein bisschen Aber Also wieder mit zu mir nicht platz Ich bin bestimmt leider auf die Kaffee stehen Oh, da kommt einer. Bleib stehen. Den Kill kriegst du nicht. Und du kriegst auch deinen Kill. Jetzt werd ich aber sauer, Johan. Baumie! Erst wiederbeleben, dann töten. So war das doch, oder? Dann musst du dich nicht umdrehen, wenn ich vor dir stehe. Ich dachte, du hättest du gesehen. Oh, das ist mein erster Herz. Wie, der ist nicht gestorben? Ich hab keine Money mehr! Schrei doch nicht so, dafür wird die auch nicht wieder voll. Danke! Nein, 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 nein! Ey, immer werd ich geteamed killed! Ich muss mehr Power haben. Ich hab das Problem, dass schon ein bisschen zu viel Album drin hat und Gott, das hab ich nicht vergessen. Oh, sorry! Nein, das ist aber 50 Prozent oder so. Da schießt das gar nicht. Oh! Oh! Er ist wieder beleben, damit schon. Ja. Ja! 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 Ich hab ja jetzt so lange nicht geflüchtet wie ich gar nicht geflüchtet. Du hast dein erste Date hier. Ja! Er stirbt nicht! Ja! Warum stirbt hier nicht! Nur 1,3 ist jetzt noch. Hallo! Scheiße, jetzt schon wieder gleich stand. Wir retten hier vorbei. Alter! Ah, nein! Wo sitzt du denn? Der kämpft da in den ganzen Ecken. Guck mal. Das stimmt doch gar nicht. Ich stand da fast direkt neben dir. In der Halbpause hat der Map immer gekriegt. Dann schießt er durch irgendeinen litzen Winkel. Ich meine, ich sieh den hier rein. So in etwa. Shit. Das wird jetzt echt knapp. Das wird jetzt echt knapp. Ach, ist das dein Ernst? Ach, ist das dein Ernst? Oh, Achtung! Der schießt direkt. Oh, scheiße! Shit! Yes, baby! Zwei Revival eingefüllt. Während der Gegend nicht umhängt. Lass zusammen rumlaufen. Ja, komm! Andra, Container! Nein! Verlebt mich wieder! Wir brauchen die Tickets. Nein! Ich titzen der Scheiß-Show-Kunde. Scheiße! Scheiße! Hilfe! Hilfe bei... Ich kippe die Tickets. Shit! Oh, nein! Das ist ein Tickets. Das gibt's ja nicht! Shit! Oh, das sind alle! Na, na, na! Schlag doch nach! Yes! Was? Haben wir? Haben wir? Ja! Oh, jetzt! Yes! 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 Was soll ich denn gegen drei Leute machen? Mein Gott, der hat euch schon immer am Laufendenband reden. Zuck, zuck, zuck! Es war halt irgendwie 99. Ich hab hier gerade ein bisschen gebraucht. Sollte letztens kriegen? Ja, ich weiß. Ich lag da die ganze Zeit tot. Und ich werde nur leerfassen, damit ich eigentlich schon wieder aufstehen. Das ist gut, aber wenn es mich nicht mal so stirbt, dann krieg ich dich nicht nochmal reduziert. 100 zu 99. War knapp. Und? Achso! Das ist nett? Ja! Ich bin ja schon fertig vor dem Spiel. Was? War ein schlecht.